Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung von RCFC Noremberg. Ich finde von RCFC Noremberg, ich ehrlich weiß ich gar nicht, was ich größer als ich denke. Ich weiß schon, was ich denke, ich meine von RCFC Noremberg, das wirklich alle Noremberg-Fans, ist ein schöner Verein, ja, und genau passen alles von RCFC N. Ich finde von Noremberg, keine Ahnung was, ich habe von vielen Meinungen von Noremberg, ich finde Max-Morlock-Stadion eigentlich wunderschön, aber ja viel zu groß, von RCFC Noremberg. Von RCFC N, wie Art Rhein-Energie-Stadion werden kann, oder wie Fritz-Walter-Stadion. Nur Beispiel, so was machen kann, von RCFC N, von Noremberg, von Stadion, von Max-Morlock. Kein Max-Morlock bleiben, überhaupt keine Frage. Aber von Stadion selbst, finde ich, müssen umändern, diese Laufbahn, wo es der Haus rum ist, wegmachen. Und klar, mehr Plätze, ich finde, es sollen mehr Stehplätze sein, das auch viel mehr ranpassen kann, von Rhein-Energie-Stadion. Und ganz nah in dem Feld auch noch, mit geiler Stimmung und hautnah, der unten ist. Und diese Laufbahn, von wer von Max-Morlock ist, einfach wegmachen. Klar, das kostet nicht viel Geld, überhaupt keine Frage. Ich finde eigentlich Noremberg, ein interessanter Verein.